hey leute heute möchte ich gerne das dz 48 display vorstellen und zwar habe ich mir dieses bei amazon hier bestellt dabei handelt es sich anders als das original display von bafang also ein digitales display das haben wir hier angeschlossen das hat ein kenbus anschluss ihr müsst also darauf achten welchen anschluss ihr habt der kenbus anschluss ist so ein dreiecks förmiger anschluss moment ich suche mal nach dem alten da ist er also das muss hier reinpassen dann ist es ein kenbus ansonsten ist es ein urt anschluss da muss halt auf jeden fall darauf achten hier haben wir ein fischer bike und zwar den tera 2206 den habe ich mir kürzlich gekauft aber mir hat leider das display überhaupt nicht zugesagt da man hier einfach led anzeigen hat und kein digitales display das sein auch zeigt wie schnell man gerade fährt und wie ja wie viel kilometer man insgesamt auch gefahren ist und so weiter und das kann man hier mit dem dz 41 auf jeden fall ausrüsten befestigt wird das ganze hier mit einer kleinen schraube die befindet sich hier und hier haben wir auch gleichzeitig unseren ein und ausschalter ich habe das ganze ist hier schon mal angeschlossen ihr seht ich habe es noch gar nicht richtig verlegt aber ich wollte einfach mal zeigen dass das ganze funktioniert und zwar hält die einfach hier die eine einschalttaste und ihr seht auch schon das display geht auch hier sofort an es ist auch wirklich sehr gut ablesbar dieses flackern kommt jetzt eher hier von von der smartphone kamera es flackert gar nichts in realen auge drauf schaut und ihr seht es lässt sich auch super gut ablesen wir haben dann hier unsere einzelnen stufen ich habe also wie gesagt fünf stufen die ich einstellen kann außerdem haben wir hier zum beispiel die gesamtkilometer und hier oben haben wir dann unseren tacho wo wir dann auch die reale fahrgeschwindigkeit ablesen können und wie gesagt das ganze super ablesbar ihr habt auch ein paar weitere möglichkeiten und zwar könnte ich hier zum beispiel dann auch sehen was der höchst speed war oder durchschnittliche speed der höchste speed war 26 km h ein bisschen mitgetreten denn er schaltet er bei 25 km h wäre ab ist leider so und das auch anders nicht erlaubt in deutschland sag ich mal und ja für mich war es auf jeden fall wichtig dass ich hier ein digitales display haben wo ich das ganze hier ablesen kann die fahrgeschwindigkeit und auch die gefahrenen kilometer auch die gesamtzahl und wie gesagt hier unten habt ihr dann auch noch mal den akkuzustand natürlich könnt ihr auch hier über das licht ein und ausschalten wenn ihr das benötigt ich glaube sogar dass hier ein lichtsender verbaut ist da hat dann das licht automatisch hier abschaltet so wie jetzt ich versuche mal kurz noch mal einzuschalten einfach hier auf das plus und ihr seht ihr könnt auch tagsüber das licht wenn ihr es benötigt einschalten ihr könnt auch das display komplett zurücksetzen indem ihr hier drauf bleibt und dann seht ihr dass es hin und her wechselt das ganze könnte ich hier bestätigen und ihr seht wir haben jetzt hier gesamtkilometer 0 sie können das auch wie gesagt ganz einfach schnell zurücksetzen hier seht ihr auch jetzt hier meine gefahren die geschwindigkeit und ihr seht es wirklich super zum ablesen ich bin auf jeden fall super zufrieden dass es ganz so einfach ist einzustellen und anschließen wie gesagt plug and play einfach anschließen achtet auf den anschluss kenbus oder urt und bestellt dann je nach anschluss das display falls ihr auch lust auf das display weiter gibt es aber auch ein einstellungsmenü da geht ihr hier einmal wieder drauf bleibt hier drauf schaltet das gerät ein und bleibt jetzt auf dieser taste noch mal stehen und dann kommt ihr auch ins menü und die seht auch hier jetzt sind wir hier auch schon im menü und ihr könnt hier zwischen mph und kmh wechseln und bestätigen das ganze mit der modus taste hier könnte zum beispiel die aufzeit einstellen wann sich der die der akku ausschalten soll ich kann das ganze hier regeln auf eine minute ich glaube bis zehn minuten und dann wie gesagt hier wieder bestätigen hier habt ihr dann die zoll anzeige wenn wir in 27,5 zoll fahrrad und ich kann das hier nicht einstellen das geht hier mit diesem motor nicht da wird es hier blockiert dann habt ihr hier auch dieses maximum speed da könnt ihr das hier auch leider nicht ändern oder es ist ja auch wie gesagt nicht erlaubt was haben wir hier das weiß jetzt leider hier gar nicht genau was das sein soll und hier habt ihr auch noch mal das licht das hier an und ausschalten können das könnt ihr also glaube ich hier sogar dauerhaft eingeschaltet lassen aber das mache ich nicht und ja das ist eigentlich das menü und super easy einzustellen ja ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen und macht's gut